Hi, ich bin Kasia Medjo, die Sängerin von Kasia Medjo Band und heute melde ich mich über diesen Videoanruf bei euch, weil ich etwas von euch brauche und zwar eure Engagement und Unterstützung. Es geht um ein kleines Mädchen. Sie heißt Lana, ist elf Jahre alt und ist leider an Blutkrebs erkrankt. Sie braucht uns. Sie braucht unsere Unterstützung. Was ihr ja machen solltet, könnt, ist sich einfach registrieren lassen bei DKMS und vielleicht durch diese kleine Bewegung in unserem Leben können wir eine große Wirkung haben und jemanden das Leben retten. Ich würde mich riesig freuen. Bitte macht, macht mit. Einmal haben wir schon geschafft, so viel Geld für krebskranke Kinder zu spenden. Jetzt können wir etwas tun, was wirklich nur fünf Minuten Zeit kostet. Ich habe das vor kurzem gemacht und ich bin sehr stolz auf mich selber. Bitte, bitte macht mit. Hilft Lana, dass sie wieder glücklich und gesund leben kann. Danke. Hallo, es ist Frau Korni von Bonnfeier. Ich hoffe, ihr seid alle gesund in diesen verrückten Zeiten. Der kleine Lana aus Augsburg geht es leider nicht so gut. Sie hat Blutkrebs und braucht dringend einen Spender. Daher lasst euch registrieren bei der DKMS. Helft mit, einen Spender für sie zu finden. Helft mit, dass Lana wieder gesund wird. Danke. Hi Leute, wir sind Steffi und Chris von der Band Jambarry. Lasst euch bitte beim DKMS registrieren. Meldet euch bei der deutschen Pnochenmarkspende an. Gebt eure Speichelprobe ab. Werdet Retter für Menschen mit Blutkrebs. Die elfjährige Lana aus Augsburg sucht ganz dringend einen Spender. Sie hat zweifachen Blutkrebs und die Chemo spricht nicht mehr an. Macht mit und rettet ihr Leben. Eure Jambarry. Einen wunderschönen guten Tag, ihr alle da draußen. Hallo ihr Lieben. Ich bin Tiziana. Und ich heiße Konstantin. Wir sind Two-Sided. Und willkommen aus Augsburg. Und wir haben von einer kleinen Lana aus Augsburg gehört. Die braucht eure Hilfe. Die braucht unsere aller Hilfe. Sie ist an Krebs erkrankt, Blutkrebs. Aber es gibt ein Heilmittel. Vielleicht in einem von euch. Also geht auf DKMS.de. Lasst euch registrieren. Und vor allem helft ihr. Hallo Metalheads. Ich bin die Gabi. Man erkennt mich vielleicht als Sängerin von Red to Grey, Label Z oder Darkness Light. Und ich habe heute eine ganz, 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 ganz fette Bitte an euch. Lasst euch bei der DKMS registrieren. Und rettet damit unter Umständen ein Leben. Der kleinen Lana läuft die Zeit davon. Sie braucht ganz, ganz dringend einen Stammzellenspender. Ich zähle auf euch. Hi. Ich bin Harry, Gitarist bei Jambarry und Tina Schießlers Adrenalin Plus. Die 13-jährige Jana hat Blutkrebs und braucht dringend einen Knochenmarkspender. Unter www.dkms.de kannst du dich registrieren und vielleicht rettet deine Spende ihr Leben. Stay tuned. Hi Rockars. Berti hier. Gitarrist der Band Errol Flynn. Die kleine Jana braucht ganz dringend einen Spender. Bitte lasst euch bei der DKMS registrieren und rettet Leben. Im Moment wichtiger als Wackenrope. Love, Peace and Rock and Roll. Hey ihr. Ich bin Jan, Sänger und Gitarrist bei Subtile und Jambarry. Die 13-jährige Lana hat Blutkrebs und braucht dringend eine Knochenmarkspende. Wir, du und ich, können aktiv dabei helfen, dass sie diesen schweren Weg bald überwunden haben wird. Registrier dich dabei einfach unter www.dkms.de und lasst uns zusammen was bewegen. Guten Abend, mein Name ist Ferdi Dölbeck. Mein Name ist Robin Frank. Mir ist das Ganze mit der Lana wirklich sehr, sehr wichtig, weil ich habe das Ganze jetzt verfolgt und das Mädchen ist so tapfer und kämpft und kämpft und kämpft. Nur leider läuft jetzt langsam die Zeit davon. Ja, es heißt, wir müssen jetzt was machen. Es ist jetzt wirklich 5 vor 12. Es ist wichtig. Wir müssen Gas geben. Lasst euch registrieren bei der DKMS. Das ist verdammt wichtig. Und mit Sicherheit könnt ihr viel leichter nichts Gutes tun. Ja, also einfacher geht es schon fast nicht mehr. Ihr kriegt da 3 Stäbchen zugeschickt, mit denen ihr fahrt es euch ein bisschen im Mund umeinander. Die schickt ihr zurück und dann war es das schon. Ja, also leichter geht es nicht mehr. Es kostet ein bisschen Spucke. Ich freue mich über das Video. Das ist absolut toll geworden, dass so viele mitgemacht haben. Die Musiker haben sofort ja gesagt, aus Augsburg, aus Schwaben, aus Bayern, aus ganz Deutschland sogar. Ja, da bin ich sehr stolz drauf. Und Leute, ihr seid echt top. Ja, und jetzt nochmal, helft es mit. Helft es einfach mit. Registiert es euch. Es kostet euch nur ein bisschen Spucke. Und ihr könnt ihr Leben retten. Und nicht nur eins, sondern vielleicht nur ganz viele. Weil es gibt wirklich viele Menschen, die wo an dem Ganzen erkrankt sind. Und auch viele Kinder. Und wer selber Kinder hat, der weiß, wie man sich vielleicht als Eltern fühlt. Und wäre selber auch sehr froh, wenn ihm geholfen werden würde. Also www.dkms.de Und nochmal danke, danke, danke. Ciao. 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 Vielen Dank.